In dieser Lektion wollen wir uns anschauen, wie wir NFC unter Android verwenden können. NFC steht für Near Field Communication und bedeutet Kommunikation mit anderen Geräten, die ungefähr über eine Distanz von etwa fünf Zentimetern funktioniert. Ich habe jetzt hier beispielshalber mal so ein Samsung-Tag-Teil. Das ist ein RFID-Tag, der NFC versteht und das heißt, wenn ich mit meinem Handy über dieses Tag gehe, also ungefähr hier auf der Rückseite des Handys, befindet sich die NFC-Antenne vom Nexus 5 und wenn ich damit eben bis auf ungefähr fünf Zentimeter an dieses Tag-Teil herankomme, dann wird das aktiviert. Dieses Tag-Teil enthält eine Antenne auf der Rückseite und wird über das Handy mit Strom versorgt per Induktion und darüber wird eben ein Chip auf diesem Tag-Teil aktiviert, der dann ein Radiosignal überträgt und da findet dann Kommunikation mit dem Handy statt. Diese Tag-Teils, da gibt es verschiedene Klassen von und das richtet sich unter anderem nach der Speicherkapazität. Dieses Tag-Teil hat, glaube ich, so was wie 800 Bytes Speicherkapazität und es gibt noch weitere Feature, wie zum Beispiel Schreibschutz dieser Tags oder Features wie Verschlüsselung, die sich dann unter anderem am Preis bemerkbar machen. Dieses Tag-Teil hat, soweit ich es weiß, nur Schreibschutz, aber keine Verschlüsselung und hat mich zwei Euro gekostet. Ist nur ein Beispiel für ein Tag-Teil, was ich hier zur Demo verwende. Diese 800 Bytes kann ich beschreiben. Dazu schauen wir mal aufs Handy und da verwende ich die NFC-Tag-Writer-App von NXP aus dem Play Store. Die mache ich mal auf. Dann muss ich hier die Lizenzbedingungen akzeptieren und kann erstmal sagen, lese mir doch dieses Tag aus und jetzt lege ich das Handy auf das Tag drauf. So, jetzt sehe ich den Inhalt. Also es ist ein Type-4-Tag, bedeutet eben also gewisse Features stehen zur Verfügung und ich sehe, dass ein Bookmark auf diesem Tag drauf ist, der auf www.google.de zeigt. So, ja, das ist erstmal in Ordnung. Ich kann jetzt auch auf Write-Tags gehen und dann sage ich ein New Dataset und hier sehen wir, was ich mit solchen Tags alles anstellen kann. Ich kann zum Beispiel eine Business-Card hinterlegen. Ich kann eben einen Link hinterlegen. Das war das mit www.google.de. Ich kann einen Zugang zu einem Wi-Fi auf einem Tag hinterlegen, ein Bluetooth-Pairing definieren. Ich kann eine Telefonnummer hinterlegen und so weiter. Ganz verschiedene Sachen, wie das im Detail geht, sehen wir in der nächsten Lektion. In dieser Lektion schauen wir uns erstmal an, was wir alles mit einem Link anstellen können, denn das ist schon eine ganze Menge. So, jetzt gebe ich hier mal einen Link an, den ich hier zum Testen verwende. www.predicate.de Und den speichere ich jetzt darauf ab Und jetzt muss ich das Handy nochmal wegnehmen, nochmal hintun Ja, jetzt ist das erfolgreich durch Jetzt kann ich mal aus der App rausgehen und nochmal in die Nähe des Tags gehen Und wir sehen, dass die Homepage geöffnet wird Gut, so funktioniert das, wenn ich jetzt dieses Tag irgendwo anbringe, dann sollte ich es natürlich noch schreibgeschützt machen, denn sonst kann ja irgendjemand kommen und mir das Tag umprogrammieren, so wie ich das selber gerade gemacht habe. Aber wenn ich zum Beispiel irgendeine Veranstaltung habe und ich hänge an den Eingang dieses Tag, dann können eben Leute, die vorbeigehen, eine Homepage aufrufen, die über diese Veranstaltung zum Beispiel informiert. Und ob die dann seinen Lageplan finden oder Öffnungszeiten oder was auch immer, ist ja mal völlig egal. Jetzt ist natürlich für uns noch interessant, wie kann ich jetzt dieses Tag für meine App verwenden. Zunächst mal ist das Spannende, dass ich eigentlich fast gar nichts wirklich ändern muss an der Programmierung des Tags. Um jetzt nämlich in einer App das Tag zu verwenden, da brauche ich erstmal verschiedene Sachen. Und zwar muss ich eine Permission anfordern, die NFC heißt. Das ist klar, denn unsere App soll ja eben genau über Tags benachrichtigt werden, die gescannt wurden. So, dann muss ich sagen, ich brauche ein Hardware-Feature auf dem Telefon. Das heißt, das drückt aus, wenn ich hier Required gleich True sage, dass meine App NFC verwendet. Und wenn ein Handy gar keine NFC-Antenne hat, dann wird meine App dort auch gar nicht installierbar sein. Das heißt, der Play Store wird diese App auf diesem Gerät gar nicht erst anbieten. Jetzt muss ich noch einen Intent-Filter definieren in meiner Activity. Und diesen Intent-Filter, da gehe ich eben genau auf eine spezielle Action, die NDEF-Discovered heißt. Das heißt eben genau, dass ein sogenannter NDEF-Record entdeckt wurde. NDEF-Record ist die Datenstruktur, die auf dem Tag hinterlegt ist, in der dann diese URL, also www.predicate.de, codiert ist. So, die Category ist Default. Das ist eigentlich uninteressant. Das Relevante ist jetzt hier, dass ich sage, dieser Intent-Filter wird aber nur aktiv, wenn die Daten, die da in diesem Rekord drinstehen, dieses Muster erfüllen. Und zwar http www.predicate.de. Dahinter könnte dann noch ein Pfad kommen. Das ist aber unrelevant. Jetzt starte ich mal die App. Und es geht jetzt eigentlich erstmal nur darum, dass die App installiert ist. Deswegen gehe ich aus der App gleich wieder raus. So, jetzt scanne ich das Tag nochmal. Jetzt bekommt der Benutzer die Auswahl, will der Benutzer diese URL mit meiner App öffnen oder will er sie im Browser öffnen und sich die Homepage anschauen. Und das Spannende daran ist natürlich, in meiner App kann ich dem Benutzer wesentlich mehr bieten. Ja, da ich eben genau weiß, was das für ein Gerät ist. Ich kann netter reagieren. Ich kann offline Inhalt bereitstellen. Das sind nur einige Vorteile von einer App. Und wenn der Benutzer jetzt hier auf immer klickt, dann wird also dieser Link immer mit dieser App geöffnet werden. Das heißt, alle Links, die auf http www.predicate.de gehen, werden mit der App geöffnet. Und wenn wir jetzt mal ins Log schauen, dann sehen wir, dass hier eine Ausgabe steht, started, http www.predicate.de. Und in unserer Activity hatte ich genau getIntent, getDataString ausgegeben. Und getDataString war eben genau die URL, die dort geöffnet wurde. Und das macht die ganze Sache sehr spannend. Denn das erlaubt folgenden Anwendungsfall, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Ausstellung habe von irgendwelchen Kunstwerken und ich habe mehrere Räume und in jedem Raum befestige ich so einen Tag, dann könnte ich sagen, ich habe erstmal auf meiner Homepage, die ich ja wahrscheinlich sowieso habe über diese Ausstellung, habe ich eine Beschreibung jedes Raums hinterlegt. Und auf den Tags, die in den Räumen sind, da sind dann URLs drin, die sich eben so strukturieren, beispielsweise wie predicate.de und dann raum1.html. Und dann könnte ich also auf der Homepage diese Beschreibung des ersten Raums anzeigen. Jetzt könnte ich aber gleichzeitig entdecken, auf meiner Homepage, dass der Benutzer ja ein Android-Benutzer ist. Dann leite ich ihn weiter zum Playstore und sage, willst du nicht meine App installieren? Ich habe auch eine Android-App. Dann installiert sich dieser Benutzer diese App. Das ist genau die, die ich gerade demonstriert habe. Und der Benutzer geht jetzt durch die Räume, scannt diese Links und bekommt angezeigt, dass er jetzt diese Links plötzlich auch in unserer App öffnen kann. Die App wiederum erkennt diesen String und erkennt, dass da drin jetzt raum1.html stehen würde. Und darauf kann jetzt diese App reagieren und kann jetzt zum Beispiel in dieser Activity Informationen über den Raum 1 anzeigen. Oder könnte hier natürlich auch einfach eine zweite Activity starten, die Informationen über diesen Raum 1 anzeigt. Das Ganze ist natürlich wesentlich besser, weil es eben potenziell auch offline funktioniert. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass in der Ausstellung in den Räumen gar kein Netzempfang ist, weil das Handynetz dort schlecht ist. Und es könnte aber sein, dass am Eingang gerade noch Netz ist und dann könnte ich am Eingang schon mal das erste Tag platzieren. Dann laden sich die Benutzer die App runter, dann steht sie offline zur Verfügung und dann können sie durch die Ausstellung durchgehen und haben den Inhalt eben schon auf dem Handy drauf. Das ist ein Anwendungsfall. Wie genau diese Information auf dem Tag gespeichert ist, das sehen wir in der nächsten Lektion. Da beschäftigen wir uns nämlich damit, wie kann ich jetzt zwischen mehreren Geräten, die wirklich aktive Geräte sind, die ich beide programmieren kann, über NFC kommunizieren. Denn bisher war ja das Tag sozusagen passiv. Das hatte zwar Informationen gespeichert, aber wir haben das Tag eigentlich nur beschrieben und nicht wirklich programmiert.